Herr Borst und alle anderen Zirkusbetreiber, legen Sie endlich Ihre Peitschen nieder. Sie bauten Tiere aus, damit Ihre Kasse klingelt. Dies ist beschadend. Ihre Tage der Tiersbeutung sind gezählt. Schluss mit den Peitschen Lügen, damit Ihre Kasse klingelt. Schluss mit der Profit auf Kosten der Tiere. Wir stehen so lange vor Ihrem Zirkuszelt und vor jedem anderen Ei, bis das letzte Tier nicht mehr ausgebeutet wird. Mit unserer Protestaktion machen wir darauf aufmerksam, dass Sie hier keine Unterhaltung verheiratet sind. Die Polizei kommt auch schon. Lebenslange Gefangene, die zur Verführung schmerzvoller Kunststücke gezwungen werden, dass sie weder ihren natürlichen Bewegungsabläufen noch ihren Sozialverhalten entsprechen. Bereits die ständigen Transporte und die Unterbringung bedeuten Sie, wie schlimmer zu erfolgen, das Einstudieren und Ausüben von Kunststücken, die lebenslange Demütigung und Versklaren, die vollkommene Aussichtslosigkeit und eine Veränderung ihrer Lebensumstände. Für alle, die uns sagen wir Nein. Wir nehmen das gerade auf die Leiden der Tiere nicht in Kauf. Tiere sollten in einer zivilisierten Gesellschaft schon lange nicht mehr zu den Attraktionen in einer Zirkus gehören. Sie fordern ein generelles Verbot für die Haltung und Nutzen von Tieren durch die Haltungsindustrie. Unterstützen Sie keine Zirkuswahl mit dem Kauf Ihrer Eintrittskarte. Die Führer sind keine Unterhaltungsverblätter. Zirkustierer sind lebensländige Fremden, die zur Verführung schmerzvoller Kunststücke bezwungen werden. Die Führer sind keine Zirkuswahl, die zu viel der ihr natürlichen Bewegungsverbleibung noch ihren Sozialverhalten entsprechen. Wir im Zirkus müssen die meisten Zeugen ihres Lebens auf dunklen LKW, am Ketten fixiert und in engen Kiesigen und Geheben verbrüllen. Angeborene Verhaltensweisen wie Graben, Klettern, Schwimmen und Sprengen. Die Führer sind permanent unterbunden. Die Dressur ist in der Regel für Gewalt und Zwang geprägt. Die Dabitgänge, die die Tiere zwangsweise erbringen müssen, zum Beispiel Bären, die auf Bälle balancieren, Affen, die Motorräder fahren, Elefanten, die auf nur zwei Beine stehen müssen, sind für die Tiere völlig unnatürlich. Die Peitschen, Stücke, Elefantenhaken, Einenhalswände, Maulkörbe oder sogar Elektroschöcke sind die wüderlichen Folterwerkzeuge, die immer wieder beweisen, dass die Tiere nur unfreiwillig und unter Zwang agieren. Die Lesen in den Misshandlungen und Entbehrungen führen häufig zu Verhaltensstörungen, Krankheiten und einem frühen Tod, ein Leben lang in jetzigen Platzbettkirchen verbringen zu müssen und diese nur für die wenigen Minuten ihrer Darwichtung in der Mäse verlassen zu können, Bratschenhübe zu bekommen, das verdient keinen Applaus. Immer mehr Kommunen in Deutschland sprechen sich für ein Schafot der T95- und Zirkusbetriebe aus. So auch kürzlich die Stadt Fiersen, wie auch die Stadt Düsseldorf. In Kräfer sind wir jedenfalls der entsprechende Eintrag bereits eingereicht. Wir stehen hier und kommen immer wieder, dass überall einsehen wird, dass Tiere keine Unterhaltungsobjekte sind. Spürer, raus aus der Manege! Schluss mit der Profil des Kosten der Tiere! Eine Farbe, die auch gebracht, eine farbliche Musik verschleiert die Tatsache, dass die Tiere im Zirkus Gefangene sind, die dazu bezwungen werden, unnatürliche und oft sogar schmerzvolle Nargisse zu erbringen. Oder haben Sie schon mal in freier Natur eine der Schönen gesehen, welche mit seinem Gesicht für drei Töne einen schmerzhaften Kopf Rüsselstein macht? Oder ein Fahrradfahrend in Braumböden? Oder ein Lohn, der durch ein Feuer ringspringt? Was bedarf es noch an Aufklärung, damit ein vernünftig denkender Mensch einbiet, dass dies nicht im Ohne der Tiere geschieht, sondern nicht perfidieren der Zirkusbetreiber. Mittlerweile verliert der Zirkus mit Tiere, aber will ich mehr und mehr an Akzeptanz, denn der breiten Öffentlichkeit wird das Leid der Tiere zugehend bekannt. Tiere werden in Zirkusbetrieben in absoluter Beendheit gehalten, rücksichtslos behandelt und oft bis zum letzten Atemzug aufgenutzt und Sie unterstützen das mit Ihrer Einführungskarte. Dies alles verdient keinen Applaus. Bereits 40 deutsche Städte haben das Ehrens-Katüre und deren Lippe-Kolissen der Zirkuswert erkannt und haben angesichts der bisherigen Plakatehaltung des zuständigen Ministeriums kommunale Verbote für Tiere Zirkus erlassen. Sie verdienen keine öffentlichen Plätze mehr als Zirkusbetriebe mit Tieren. 22 europäische Länder haben bereits alle über bestimmte Tiere in Zirkusbetrieben verbraten. Und es werden immer mehr Verbote erlassen, bundesweit und international. Kein Tier gehört in einen Zirkusbetrieb. Tiere, die zum Beispiel in der Natur als so aktiv sind, müssen den überwiegenden Teil des Lebens im witzigen Transportkäfing verbringt. Diese dürfen selbst in wenigen Minuten ihre Darbietung in der Manege verlassen. Elefanten werden Tag und Nacht an zwei Beinen angekettet, anstatt für ihre Artgenossen in der Natur zu einem Meterlange Wanderungen im Kreise ihrer Familien zu unternehmen. Bereit Ihnen für die Haltung, Ausbildung und mitchenzertierende Zirkusbetriebe mit ähnlichen Einrichtungen formulieren lediglich Mindesteinförderungen. Das heißt, diese werden oft mit stillschalender Billigung der Amtsreperinäre noch unterstritten. In den Käfigen, Transportwagen und Zeiten müssen die Tiere auf engstem Raum leben, weit entfernt von einem annähernd aufgerechten Leben. Das heißt, diese Mindesteinförderung wird oft nicht erfüllt, da Tierküse durch verständige Reisen nur kurz an einem Häuschen rein und zu etwaigen anstärklichen Selbstschutzmaßnahmen entgüllen. So werden Tiere ihre natürlichen Bedürfnisse bereit, dass zu Schmerzen und Leiden führt. Tag zu Tag, Monat zu Monat, Jahr zu Jahr. Weitere Folgen sind eine rote Stördlichkeit bei vielen Türarten und schweren Verhaltensstörungen. Schon dadurch, dass die Tiere einen Großteil ihres Lebens in Transport verbringen, sind ihre Möglichkeiten, sich artgemäß zu bewegen, stark eingeschränkt. Angeborene Verhaltensweisen wie Glauben, Klettern, Schwimmen oder Springen werden permanent unterbunden. Während des Winters als eine Altehaltenssaison verpräventieren im Zirkus die meiste Zeit in Transport verschlägen oder in Scheunen. Manche Tiere leben dann sogar in LKW. Diese ununterbrochene Gefangenschaft aus engstem Raum hat schwerwiegende Auswirkungen auf den physischen und psychischen Zustandardieren. Elefanten beispielsweise erreichen im Zirkus durchschnittlich nur etwa die Hälfte ihrer naturischen Lebensdauer. Bei den Überlebenden sind schwere Verhaltensstörungen wie der symptomatische Weg mit dem Kopf und dem Hussi weit verbreitet. In Bezug auf die klimatischen Verhältnisse entspricht das Zirkusklima in keiner Weise der natürlichen Entgegen der Tiere. So sind beispielsweise gerade die Sommermonate für Tiere wie Bären extrem schwer zu erbraten, während andere Tiere wie Elefanten oder Affen entsetzlich unter Kälte im Winter leiden. Zudem gibt es nur jenige Tierärzte, die qualifiziert genug werden, sich mit exotischen Tieren auszukennen. Die Dressur von Tieren im Zirkus basiert aus der Ausübung von Gewalt und Schwung. Körperlichere Strafe und psychischer Druck sind nach wie vor die gängigen Trainingsmitteln für Tiere im Zirkus. Sie alle, die dort stehen, unterstützen das mit dem Kauf ihrer Eintrittskarte. Es gibt viele Aufklärungsvideos von verschiedenen Tierrechtorganisationen weltweit, die das dokumentieren. Die Tiere leiden ganz erheblich unter Stress vor dieser Trainings einhalten. Andere Tiere bekommen regelmäßig Medikamente verabreicht, damit sie überhaupt zu halbhaben sind. Raubkotzen und andere Tierarten werden häufig sogar der Spitzenaktion entfernt. Die Barwetumalen, die die Tiere zwangschweige erbringen müssen, zum Beispiel Bären, die auf Dänen balancieren, Affen, die Motorräger fallen, Elefanten, die vor zwei Beinen entstehen müssen, sind für die Tiere völlig innerkürlich. Die Peitschen, Stucke, Elefantenhaken, Anhaltsränder, Maulkörbe oder sogar Elektroschocker sind die füderlichen Folterwerkzeuge, die immer wieder beweisen, dass die Tiere verämpflich und unter Zwang agieren. Die oberflächlichen Garnitüller entfüllen die Tiere und vermitteln den Züchelern nichts über das natürliche Verhalten von Tieren oder deren Bedürfnisse. Erfahrene Kinderpsychologen sagen, dass Zirkusse Kinder gefährliche Wörter vermitteln. Wenn Kinder sind, die fühlende Lebewesen mit der Peitsche durch die Normäische getrieben, geschossen oder erniedrigt werden, kann ihre jüngere und beeinfluschbare Psyche durch aggernale soziale Werte entwickeln. Kinder lernen bei einem präsenten Zirkus fälschlicherweise, dass es rechtlich sei, die Gefühle, Bedürfnisse und Rechte anderer Jebewesen zu ignorieren. Dabei ist es wichtig, andere mit Respekt zu behandeln. Dazu gehören selbstverständlich auch Türe. Zirkus werden oft bis zum letzten Atemzug durch die Maneus getrieben. Falls sie aber zu vorfällig nicht mehr geeignet sind, werden sie entweder permanent in die Witte kaltieren in der Zirkusse, also oft in Erichhöfen der Verband oder an andere Zirkusse oder private Haltungen zerkaust. In manchen Ländern werden sie sogar einen Sankt verhandeln veräußert und dort zur Freizeit Entspannung erschossen oder als exotische Mahlzeit gegessen zu werden oder gar Veräußert veräußert. Oft erstattet sich ihr Lebensabend genauso wenig friedlich wie ihr übriges Leben. Eingeförscht überzwang im Elend. Wir fordern ein generelles Verbet für die Haltung und Nutzung von Tieren durch die Unterhaltungsindustrie. Für eure lauteste Union Schluss mit der Tieresbäutung. Schluss mit dem Profit auf kosten der Türe. Schluß mit dem Profit auf Koste der Tiere! 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 Was gibt es zu lachen mit Beinschenkrachen? Für eurer Familien ausgepeischt! Für eurer Familien ausgepeischt! Für eurer Familien ausgepeischt! Kein Applaus für Tierquälerei! Kein Applaus für Tierquälerei! Kein Applaus für Tierquälerei! Hände weg! 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 Augen zu und durchmarschieren! Euch ist egal, was mit Tieren passiert! Augen zu und durchmarschieren! Augen zu und durchmarschieren! Euch ist egal, was mit Tieren passiert! Augen zu und durchmarschieren! Euch ist egal, was mit Tieren passiert! Nein! Ach du Scheiße! Das passt ja! Das macht einen Tag, auf dem Weg! Herzlichen Dank! Geheirah von dem Ide, aus dem Weg! Geheirah von dem Ide, aus dem Weg! Verheuer! 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 Ausgepast! Verheuer! Verheuer! Ausgepast! Verheuer! Verheuer! Kein Applaus für die Akrimerei! 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 Kein Applaus für die Akrimerei!